Was ist dein erstes Erlebnis mit der LGBT-Community? Da hatte ich lange, lange keinen Bezug. Eigentlich kam das mit der ersten Pride in Zürich. Dort habe ich dann immer mehr Leute kennengelernt, die ähnliche Lebenssituationen gehabt haben und ähnliche Leben geführt haben wie ich. Da habe ich gemerkt, dass es einen ganzen Haufen um mich herum gibt. Sonst war ich nicht so aktiv. Aktiv bin ich erst vor 20 Jahren geworden, als ich in die Behinderung gekommen bin. Und gemerkt habe, dass sie in diesem Bereich des Lebens auch viele andere Artige haben. Und die es noch schwieriger haben, als ich es hatte. Und dort bin ich etwas aktiver geworden. Darum haben wir uns dann auch überlegt, an einer Pride zuerst einmal mit einem Stand zu kommen. Und was mich erstaunt hat, da sind viele, viele Menschen mit Behinderung gekommen. Und wir konnten auch aufklären an diesem Tag. Also wir hatten Menschen mit Behinderung, die noch sehr ein negatives Bild hatten von Schwulen oder Lesben. Und dort, wo wir haben wirken und aufklären, dort ist wirklich auch eine gute Situation entstanden. Also sie akzeptieren das, wie sie sich auch akzeptieren in ihrer Behinderung. Also für sie ist es kein Problem mehr. Aber eben, wir sollten mehr wirken können. Mehr strahlen. Und dann müssen wir feststellen, dass zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung sehr wenig zum Thema Sexualität geredet wird mit ihnen. Also wir schauen sie eher als asexuelle Wesen an. Und das hat mich auch ein bisschen schockiert, weil es ist ein Teil vom Leben die Sexualität. Und ein wichtiger Teil. Also darum konnte ich das nicht verstehen, dass man eigentlich so wenig über das Thema mit diesen Menschen geredet hat. Gibt es Diskriminierungserfahrungen, von denen du reden möchtest? Also im Beruf habe ich diese Diskriminierung nie erlebt, weil ich das auch nicht kommuniziert habe. Im Militär habe ich es nicht erlebt, weil ich es auch nicht kommuniziert habe. Der Beruf, den ich hatte, oder all die Dinge, die ich machen durften, die hätte ich allein nicht machen können können, wenn das bekannt gewesen wäre. Bei der Confissere Sprünge bin ich Verkaufschef für Filialen. Ich habe aber für internationale Firmen gearbeitet. Ich habe für eine grosse Genossenschaft gearbeitet in der Schweiz. Also es sind eigentlich normale Berufe gesehen, wie man sie könnte. Aber es ist relativ spät, hat man Schulregister in der Stadt Zürich aufgelöst. Also das zeigt auch, dass wir uns irgendwie in eine Ecke gedrängt haben, wo man uns als irgendwelches Risiko bezeichnet hat. Aber ich suche immer noch, was für ein Risiko, dass man da gewesen sein sollte. Ja. Hast du Wissen gehabt über den Stonewall-Aufstand? Für mich war es eine Freude, als ich das erfahren habe. Obwohl ich immer für gewaltfreie Sachen bin, ist es einfach nicht anders gegangen. Und das hat vielleicht auch einen wirklichen Durchbruch gebracht. Es ist ja zwar noch lange gegangen, bis es dann wirklich auch ein bisschen humaner geworden ist. Hat die Einführung von eingetragender Partnerschaft eine Bedeutung? Nein, das ist für mich zu wenig. Darum hat es keine grosse Bedeutung. Ja. Für mich ist es einfach noch keine Gleichstellung. Ich könnte jetzt böse sein. Das ist einfach die Fortführung des Schulregisters. Und nein, wenn die Ehe für alle dann mal durch ist, dann bin ich zufrieden. Wie erreichen wir eine Gesellschaft, in der niemanden mehr diskriminiert? Ich glaube es nicht, dass es eine Gesellschaft geben wird, die nicht irgendwie eine Gruppe aus dieser Gesellschaft diskriminiert. Das wird es nie geben. Wenn die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften akzeptiert sind, glaube ich, wird das dritte Geschlecht noch lange kämpfen müssen um einen Mannerkönig. Also es wird dort schon wieder einen längeren Kampf geben. Und wenn das auch geschafft ist, wird ganz sicher eine neue Gruppe dran kommen. Da muss ich leider auch wieder die Behinderten mit innen. Ich meine, wir haben jetzt seit 2014 eine Behindertenrechtskonvention und es sind immer noch zu viele Leute in den Heimen und in den Organisationen irgendwie eingebunden. Also meinst du gegen ihre Wille oder wie meinst du das? Gegen ihre Wille, ja, ja. Also da braucht es noch viel Zeit. Wie soll man Hoffnung behalten, um weiterkämpfen? Weiterkämpfen, ja. Einfach seine Meinung und seine Positionen vertreten. Einbringen. Und einbringen heisst, sich engagieren ist gleich wo, aber wirklich sich auch gegen aussen zu bekennen. Spannende Heim. Spannende Heim. Spannende Heim. Spannende Heim.